Ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyra Chronicles. In der letzten Folge haben wir die Zeichen des Erwachens, also die Bonus-Kapitel-Jahr, gemacht, die zwischen Kapitel 7 und 8 waren. Und ich würde sagen, wir machen damit weiter. Ich weiß jetzt nicht, was noch mal alles gekauft worden ist. A Taste of Home. Und so weit alles, das haben wir alles schon gemacht. Dann müsste das nächste hier, What Lies Beyond Hate sein, oder? Das ist auch ein Schlachter bei sich. Baroque's Vendetta. Mal gucken. Dieses Kapitel geht also über sie. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Mal sehen, vielleicht. Das letzte war ja richtig einfach. Das letzte war ja richtig einfach. Also, was das passiert ist? Aber da macht es. Ich habe mich nicht zuerstčast. Ich bin ja einfach. Ich bin ja immer noch. Das Feuerzeug zogen. Das Feuerzeug zogen. Begehebern und schlug die Flüchtlinge der ganzen fronten inklusste K loves. Ich habe das umgegangen Weimar. Ich bin ja fast. hoffentlich kriegen wir genug geld nach der mission Ich bin in der ersten Zeit, die wir in Europa verabschieden haben, und die Menschen verabschieden. Was ist Gerdo? Ich bin... Dann, ich bin bereit, zuerst. Das ist alles. Was ist das? Warnecht? Warnecht hat immer noch so. Was ist denn... Es gibt auch keine Säge. Er hat noch eine Rolle von Geldon nach Hause gelebt. Was? Was ist das? Der Bastard. Oh, sehr klar, du bist jetzt da. Wenn der Krieg fertig ist, hat er den Krieg geblieben. Wenn man um den Krieg geblieben will, wird er um den Krieg geblieben. Ich glaube, dass er so eine Geschichte ist. den zug kaputt gekloppt haben dann tun wir mal ein paar geisel freien jetzt irgendwie unklar wieder gehen soll aber okay er war schon schaffen diese imperialen feiglinge haben sich am ziviliens unschuldige mit hineingezogen und als geisel genommen wir müssen von daraus hingehen wenn sie uns sehen dann sind die auch gerade wenn sie uns sehen dann sind die geiseln tot super soweit wir nahe gekommen sind sollten wir die ganzen leute da töten okay die küste klärt es müssen wir da reingehen und die geile befreien okay wir dürfen keine befehle nutzen okay sagen wir nutzen nur dingens ja dann würde ich sagen wir nehmen wir ja so gut wie nur scouts und rosie eine schleich mission dürfen nicht gesehen werden sonst machen die geile sind kalt die stimme kommt mir irgendwie bekannt vor aber wenn jemand an uns vorbeiläuft dann kommen wir da automatisch aus dem gras raus oder die jaschen nicht kann man denn die zettel nicht sie nicht sagen die klinik zu kattach denn der sakschen was ich weiß sie in die säcke nicht erkocht oder die harry oicke so wie der wotar sich so konzentriert er hoge kiosen sakschen war ich joda okay okay not so close was okay ich meine die mission war sehr nervig wenn wir aber nicht sicher das ist nicht mal beschleicht müssen oder irgendwie so was ist auf jeden fall im gras sein so auch von beiden seiten da ist kein gras doch da ist krass ja nennt sie jetzt hat es noch keiner gesehen ich weiß nicht mich noch näher ran oder niemand mehr was machen keine ahnung warum ist das so richtig da noch keiner gesehen weil die anderen jetzt in dingen zwar oder war jeder muss da versteckt sein stimmt da war jetzt gibt es doch nicht weil die anderen beiden da die noch übrig waren wahrscheinlich im gras waren muss ja immer immer irgendwas mit schleichen und es geht in die hose einmal mindestens war ja noch so bei der letzten schleich mission dann bewegen war nur wolken und alicia das ist gut du bist böse macht uns kalt haben wir emissionen vor allem geld ist davon gekommen oder irgendwie so was der einzige was ihr betrübt ob sie nicht irgendwie die geiseln oder so nein der typ der ist davon gekommen war also nur einer durch den erreichen schon keiner gehört da jetzt müssen wir die anderen die sind im gras das heißt nur ali schon noch alles klar ich habe es gerafft ist gut ist gut jetzt wissen wir eigentlich nur da rein niemand mehr hier oder vielleicht ist da hinten einer da ist noch einer und manchmal lieber was er eine gesehen die beiden müssen töten warum er hat sich nicht umgelegen okay ich habe eine idee ich habe eine idee alles klar müssen alle drei auf einmal töten ich bin böser ich bin ernst guck mich an okay man wir müssen jetzt alle drei erledigen alle drei zusammen da oben ist einer das weiß ich okay dann wenn wir alicia in zur anderen seite muss jetzt alle beiden auf einmal erleben bekomme ich noch drei punkte was soll eigentlich vielleicht noch lage mitnehmen sollen dummdödel beim nächsten zucken ist so bei reiten dürfen können da wir haben nicht geschossen niemand hat uns gesehen wir sind wir sind gar nicht da die augen woche mir war ich habe die der bastard verdammt ich glaube ich habe schon mal gehört stimme ja nicht schießen wir müssen jetzt eigentlich vier punkte haben das ist schon mal richtig gut wir haben schon mal einzug verballert geil mein gott echt ich treffe mich ernsthaft jetzt nicht dafür dann verloren ja und dann zu uns gesehen der muss sterben die muss jetzt beide töten na wenn ich einer von euch duckt na ich krieg die krise alles klar alles klar so doch der da schon gelacht lacht wir sind zwar ein absolutes wie man die schüsse nicht hören kann aber egal so einfach geht hat mein gott mein gott so muss das ja 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 wir sind einfach die besten natürlich 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 guck ich dann dann weiter ich war gespannt was sie mit dem macht genau ich ja 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 jeglichen ja Das ist das... ... was ich für Friedrich zu geben kann. Das ist nur das. So... Was ist denn, Eleanor? Marco... ... warum... 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 ...私たち... ...かけがえのない仲間を... ...無惨に虐待されて死んだフレデリック... ...あなたは悔しくないの? ...可哀そうだと思わないの? ...もちろん悔しいさ... ...俺だって... ...この手でこいつを殺してやりたい... ...だが... ...フレデリックはそれを望んでいると思うか... ...お前が罪に問われることを望んでいると思うか... Das war's für mich. Ich bin hier, dass ich mich wieder zurückkehren will, um mich zurückkehren zu werden. Lass dich, Elena. Wenn du mit mir bist, dann werde ich mich immer wieder bemerken. also wir so typische diese klassische ausrede hätte er das gewollt immer die gleiche der welt of court ist was auch mal was bedeutet irgendwann mit feigheit ja okay ja to michata no dinti ni modotte ko rae masitame ichi war zonar koto ka omoimashita ga garyagun mo amai amai tomare 何者か Das ist ein Geist. Was ist das? keine pn für dich geld ein neuer schritt nach vorne ist klar frederick 復習することだけを考えてきて あなたの あの男 frederick frederickが帰ってこないなら 何をすればいい あいつの分まで 精一杯 生きてやるのがいいと思うんだ それよ ガリアを平和の国に戻してやるのが 俺たちのできることだと思う そうだ 野菜を植えるといいんじゃねえか 野菜はうまいし 併用はあるし おまけに色がいい ガリア中野菜畑にしてやろうぜ かぼちゃや人参だらけのガリアを想像したら あなたが後ろで支えてくれていたから 私は安心して戦ってこられた that's why いい 複数 エスト ねえ あ コロナ アラウド und der musik es ist ein dauer so kann man denn da ist ein schocken doch torquartier der nächste kaufen müsste man ja eigentlich nicht ja müsste mal locker ich noch beide kaufen können eine alleine möchte ich das jetzt auf machen das ist gut so ein ausflug wir machen vom final kam auf dem battlefield so den resten ausgeben geil bezweifelt wir für so mensch geld irgendwann kaufen können ja training field kann man endlich mal wieder was anderes aus der ingenieure aufballern weiß ich nicht super könnte man auch wo er noch mal super super level ab wenn alles auf 20 kriegen mal gucken glaube ich nicht egal dann war es schon wieder für diese folge würde ich sagen wir sehen uns dann im nächsten report was auch immer episode eine neue report der ist sogar vorne irgendwo dann würde ich sagen wir sind der nächsten folge von let's play wakura konnte ich bedanke mich herzlich für zuschauen sagt schau